Oh ja, 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 das ist es! Falle, falle, falle! Ja! Ja! Dinger, ich hab... Kann mir das jemand bitte in Zeitlupe klippen? Ich hab wirklich nur, ich hab wirklich fünf Sekunden lang nicht auf meinen Bildschirm geguckt, sondern nur auf die Kastatur. Ich hab so gebetet, dass er noch in meinem Quader ist. Ich hab einfach alles voll, voll erfallen. Oh Gott, hier, hier, du süßes! Annen, annen, annen! Geh in der Tür. Leckt der oder leckt ich, Digga? Digga, mein Aim zum Arsch. Ich hab ein ganzes Magazin verschossen. Also, no joke. Ich hab wirklich ein ganz... Ich hab keinen Schuss mehr. Hast du einen Schuss? Warte. Kann das jemand bitte in Zeitlupe danach zusammenkarten, bitte? Was ging da ab? Also, mein Nahkampf Aim kannst du in die Tonne treten, komplett. Was war das denn für ein Schrei? Ah, ah, ah! Geil! Hast du jetzt schon gewonnen oder ist das Best of Five? Ach, ich hab mir auch wieder gefallen. Ähm, das ist Best of Five. 12-0. Ah, ah, ah! Ich weiß nicht, ob wir jemand klippen. Ey, ich kann das Spiel nicht. Ach doch, 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 ich kann's. Er wurde zerfacht. Sorry, ist mir leid. Sehr gut, er wird nochmal gesprungen. Alles klar, wo kann der her? Ich wurde gelöscht. Warum trinkst du den denn? Alter, ist der verschwitzt! Nee! Der darf mich nicht töten! Der gewasste Strommel! Alter, das gucken wir uns jetzt nochmal in Zeitlupe an. Und alle müssen drauf reagieren. Da kommen welche mit dem Fallschirm. Och man, schon wieder. Oh mein Gott! Äh, bester Kill, den ich gemacht habe. Wollen wir da hingehen? Der ist down, der ist down. Ich hab ihn geheadshotet in der Luft. Wo denn? Süden, 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 pushen! Wo, 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 wo in Süden? Ungefähr beim Haus. Ich hab ihn aus der Luft gesniped. So, wir gehen in die nächste Runde. Job 16 sind wir noch. Das ist das Achtelfinale dann, ne? Wenn 16 Leute noch drin sind, ist es das Achtelfinale. Immer 16 durch 2 ist 8. Achtelfinale. Wenn noch 8 drin sind. 8 durch 2 sind 4. Viertelfinale. Wenn noch 4 drin sind. 4 durch 2 sind 2. 5 ist 2. 2 durch 2. 2. 2 durch 2 sind 2. 2 durch 2. Das ist dann das Finale. Damn! Mega OP ausgedechnet! Ich bin zurück, ich war kurz aufs Klo. Katastrophe. Das ist der schlechteste Lügner der Welt. Chef Strobel. Wie viele Traders haben euch gestorben? Wir sind beide Traders und sagen, warum kommen wir hier durchschauen? Ich weiß nicht, dass die Traders sich sehen. Wie weißt du, wer dein Teammate ist? Du drobst so, wenn die es am Anfang ist, ich nehme ihn so. Warum nimmst du das auf? Geh mal diese Rockets, sie gehen mir so auf die Eier. Alles da? Ja. Okay. Geh los. Einmal einsteigen. Terminal B15 bitte. Das ist ein Fleischer, glaube ich. Ballern, ballern. Ballern, wo ist er? Wir sehen nicht. Wo ist der denn? Das, die schießen da die ganze Zeit auf uns. Das muss abdrehen. Alter. Headshot? Nein. 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 Das ist ganz. Gibt es die Möglichkeit, dass es 10 zu 10 steht und die Runde muss wiederholt werden? Stell dir vor, das trifft. Wenn das trifft, Digger ist halt Ende. Oh mein Gott. Ich würd's ihnen auch so gönnen, ne? Das war, das ist das geilste Fortnite-Turnier, was es jemals in Deutschland gab. was hört denn sie sich denn da ich habe keine meds max ich muss rauf bist du dabei ja ich bin lost mega ich weiß was ich machen soll warte ich schau dir zu max ich coach dich jetzt bring ich geh rein was machst du da ich weiß nicht wie ich runterkomme ich habe keine ballons und kein jetpack echt warte bis zur zone macht das noch so lange bist du am berg leicht ran bist guck mal in die andere richtung da und jetzt brauche ich an den berg ran so lust ne magst du nur noch einer magst du nur noch einer ich hab's geschafft bin drauf ich komme nein oh gott schon wieder zu ich bin tot nein du hast es du matra das habe ich da gemacht kommen alle wir müssen weg wir haben verloren viel zu clever tut mir leid zombies sind eigentlich immer richtig hohle nichts könner aber unsere zombies haben einfach alle ein 500er iq da können wir nichts machen vor allem er sagt wir müssen weg und er ist der einzige der dort stellt nein ihr seid jetzt alle tot ihr seid beide auch tot oh gott wir sind sowas von tot sonts other steck livestock geben ja ich sehe sie aus sperma war das gute ich bin ganz gut pc aber derblick Así macht er gar nichts mehr machen das war's Danke Michi Trimax, ich komme, heißt der eine Ich bekomme immer mehr eine Kram Tega, was, was, was Bei mir sind wirklich 60 Leute Die sind